So Leute, ich bin der Markus vom Kanal GameCube. Heute gibt es mal wieder nach etwas längerer Zeit ein COD Mobile Video. Ihr hört vielleicht an meiner Stimme, was einer der Gründe ist, warum ich kein Video gemacht habe. Ich war erkältet letzte Woche und da dachte ich mir, mache ich vielleicht lieber kein Video, auch um meine Stimme zu schonen, bla bla bla. Und was ich versuchen möchte, wahrscheinlich nicht nur in diesem Video, aber ich möchte versuchen, auf den Rang Meister zu kommen. Ich spiele übrigens wieder eine Ranked-Runde und zwar auf Nuketown Stellung. Das hat sich irgendwie zu meinem Lieblingsmodus entwickelt als ein Gegner, aber ich sehe den von hier leider nicht so richtig. Das hat sich zu meinem Lieblingsmodus entwickelt. Ich weiß nicht genau warum, macht es halt am meisten Spaß. Ich spiele immer noch mit MP7, weil das immer noch meine Lieblingswaffe ist. Und wenn ich langsam mal Zeit habe, dass wir hier einen nehmen. Ah, es brennt schon wieder, ich hasse das übel bei Hardpoint, dass die Leute, muss ich mir eigentlich auch mal angewöhnen. Ich habe immer noch die Sem-Tags, weil ich die eigentlich immer gespielt habe, bei COD. Ich habe immer noch die Sem-Tags als Granate dabei. Ich bräuchte auch mal irgendwas, irgendwas, was brennt sozusagen. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr, dass ich nicht so viel rede. Keine Muni mehr. No! Okay, ja, es war jetzt blöd, dass ich keine Muni mehr hatte. Ich dachte, ich hätte viel aufgesammelt, aber anscheinend nicht. Schauen wir mal. Okay, der Hardpoint ist da irgendwo drin, das ist jetzt schlecht. Wäre das immer noch derselbe gewesen, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen, da die Leute wegzumachen mit der... Mit dieser, wie heißt sie, die Killstück, meine letzte da. Äh, Hunter Killer? Ne, Hunter Killer ist das andere. Ich schmeiß mal das hier mal rein. Bin gerade extrem verwirrt. Bin ein bisschen aus dem Modus raus, was zu erzählen. Ihr habt noch gesehen, ich habe das Tag 5 jetzt als... Ähm... Das Tag 5 habe ich jetzt auch als... Klassen-Spezialität. Das macht mir irgendwie am meisten Spaß, die anderen Sachen habe ich irgendwie nie verwendet, also... No, das Katana würde ich auch gerne haben, das sieht nice aus. Und ich werde auch irgendwie oft von einem Katana gemacht. Ach, schade. Läuft gerade irgendwie ganz gut. Äh, der Plan war eigentlich gewesen, dass ich mehrere Runden hochlade, beziehungsweise mehrere Runden spiele und dann so einen kleinen Zusammenschnitt daraus mache. Das wäre jetzt ziemlich bitter gewesen, wenn wir uns alle gemacht hätten. Und dann einen kleinen Zusammenschnitt daraus mache. Ähm... Aber im Endeffekt... Komm, zeig dich. Gefällt mir die Runde hier gerade ganz gut und deswegen werde ich die wahrscheinlich ganz hoch laden. Je nachdem, wie sie jetzt noch läuft. Und dann werde ich Meisterrang jetzt nicht erreichen. Ich bin jetzt von dem Rang davor, da fehlt mir jetzt leider gerade der Name, bin ich... Ähm... Von dem Rang davor bin ich Stufe 4. Hardpoint lost. No! Oh, jei, jei. Zu viel auf einmal. Zu viel im Kreisgedrehen. Ja, ich weiß nicht. Hardpoint macht mir einfach übel Spaß. Können mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Ob ihr... Auch Hardpoint sehr gern spielt, was euer Lieblingsmodus ist. Hätte ich einfach weiterschießen sollen, verdammt. Naja, gut. Den hat es jetzt eh wieder. Okay, gerade noch so geholt. Wo ist der Gegner? Das ist eine Pflanze. Dahinten ist gerade ein Gegner gespawnt. No! Den hätte ich doch noch bekommen können. Was ich euch auch noch fragen wollte, weil ich ja so gerne mit euch interagiere und... ...ihr mir immer so viele Kommentare schreibt, nicht. Aber es kommen ein paar Kommentare und das ist schon mal schön. Ähm... Wie das aussieht mit der Season. Ich weiß, dass die Season, glaube ich, im November fertig ist. Ich weiß aber nicht, wie das danach aussieht, nach der Season. Ähm... Sind die Ränge dann weg? Also muss ich dann nochmal neu auf den Meisterrang hoch? Oder... Also es ist ja nicht der letzte Rang oder so. Aber... Oh no! Äh... Kann ich wieder wechseln? Kann ich wieder? Egal. Schieße das Ding mal. Ich weiß gar nicht, wie ich von meinen Kittstücks wegwechseln kann. Oh! Da waren zu viele auf einmal. Ähm... Ist mein Rang dann weg? Muss ich den neu erarbeiten? Oder ist der dann da, aber irgendwie die Punkte nicht mehr oder so? Ich verstehe es nicht ganz genau. Ähm... Beziehungsweise ich habe mich da noch nie so groß mit beschäftigt. Ich werde es ja dann sehen, ob mein Rang weg ist. Aber das würde auf jeden Fall Sinn machen, dass der Rang dann weg ist und dass man den... Groß... Nein! Schießbutton nicht getroffen. Das passiert aber immer seltener. Immerhin. Dass man den Rang neu erspielen muss. Ähm... Das vermute ich mal. Könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren bestätigen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das stimmt. Oder nicht so. Jetzt haben wir da einen Stealth-Jopper oben. Ist natürlich nice. Ich hätte auch gerne mal andere Kittstücks als nur die, die ich habe. Müsste ich mich mal nochmal drüber informieren oder schauen, was ich überhaupt so freigeschaltet habe. Da habe ich gar nicht geschaut. Äh... Beziehungsweise schon länger nicht mehr geschaut. Ah... Das war eigentlich dumm, von mir da rauszurennen. Wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber... Irgendwann juckt es mir in den Fingern, wenn ich schon lange keinen Gegner mehr gemacht habe. Da muss ich ein bisschen geduldiger werden. Okay, jetzt kriege ich nur noch auf die Schnauze. Aber wir sind ganz gut dabei. Mir geht es bei Rang tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so sehr um eine KD oder so. Natürlich ist es für die Videos schöner zu sehen, wenn man einen gewissen Lauf hat, so wie ich ihn am Anfang hatte. Aber wenn es nicht so ist, dann stört es mich jetzt auch nicht so besonders. Es geht mir eher darum, zu gewinnen, tatsächlich. Aber das ist ja auch der Sinn beim Ranked. Und deswegen spiele ich eigentlich auch eher aufs Objective. Aha, da war wieder zu viel auf einmal. Ja genau, also früher ging es mir eigentlich auch bei Ranked eher um die Kills und wie gut man selbst dasteht. Aber jetzt geht es eigentlich um das Team. Wie gut das Team dasteht. Und dann habe ich da leider nicht gesehen. Das ist auch das Problem, wenn man... Gut, der hat sich versteckt, logisch. Aber hätte ich vielleicht auf einem größeren Bildschirm gesehen. Das ist halt... Ähm... Das Problem, wenn man... Wo kam der denn jetzt her? Das ist das Problem, wenn man auf einem kleinen Bildschirm spielt. Da wäre es auf einem iPad oder einem anderen Tablet. Muss ja jetzt nicht unbedingt Apple sein. Denke ich um einiges einfacher und angenehmer. Aber das macht halt auch so ein bisschen aus, finde ich, das Mobile Gaming. Ähm... Dass man... Nicht so viel sieht. Und man nicht weiß, auf was für Geräte die anderen spielen und so Sachen. Könnte ja sein, dass die auf Tablets spielen teilweise. Oder ich vermute, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist sogar. Und dass solche Sachen hier passieren... Gut, die sind jetzt nicht besonders gut, wenn man hier die Leiste runterzieht. Auszusehen hindert einen so ein bisschen am Spielen. Aber das macht halt alles so ein bisschen das Mobile Gaming aus. Und das ist das, was mir irgendwie auch viel Spaß macht. So. Okay, mein Aim ist jetzt nicht mehr so ganz... ...das, was es sein sollte. Okay, wenn ich da jetzt auf die Schnauze bekommen hätte... ...hät es mich sehr gestört. Rechts von mir sind Steps. Kriege ich vielleicht mal wieder eine Killstreak. Wäre ganz nice. Ich höre da rechts von mir Steps. Oder hinter mir. Da ist er. Okay, der wurde auch schon gemacht. Gut, wo haben wir denn Hardpoint? Jetzt bin ich gerade irgendwie... Wo ist der Hardpoint? Bin ich blind? Egal, wir haben gewonnen. Okay, Leute. Das war eine kleine Runde. Wir schauen mal, wie weit ich gekommen bin. Mal wieder ein Sieg. Ich spiele privat auch ein kleines bisschen ab und zu. Was ist das denn hier? Ach, dieser Goliath. Ich spiele privat auch ein bisschen. Das macht mir irgendwie sehr viel Spaß. Aber ich spiele auch wirklich nur ein bisschen. Vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde pro Tag. Profi bin ich genau. Und ich möchte auf den Meister ran. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Das Problem ist, dass die Season ja nicht mehr so lang geht. Und wie gesagt, ich vermute, dass nach Ende der Season hier rechts oben steht... 9. bis 11. 2021. Ich vermute, dass danach die Ränge zurückgesetzt werden. Aber naja. Oh, ich bekomme eine Belohnung, wenn ich hier... Ich habe mehrere Belohnungen bekommen. Durch Rangaufstiege. Kann ich mir irgendwelche Kisten anschauen. Kisten öffnen. Hier Arsenal vielleicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Gut, ich will jetzt nicht zu lange hier rumeiern. Inventar wahrscheinlich. Nee, sieht jedenfalls nicht da noch aus. Gut, ich habe keine Kisten geöffnet. Aber ich sehe auch nicht, wo ich hier Kisten öffnen kann. Muss ich vielleicht in den Shop gehen? Bestehende Kisten? Nee, sehe keiner. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wo ich denn meine Kisten sehe. Nee, im Arsenal definitiv nicht. Keine Ahnung, wo ich meine Kisten sehe. Aber ich brauche ja auch nicht unbedingt Kisten zu öffnen. Man kann auch alles ohne irgendwas zu bezahlen oder was aus Kisten zu bekommen erreichen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem der Anfang der Runde. Und war auch gut, dass wir gewonnen haben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem, was auch immer ihr macht. Und ja, man sieht sich im nächsten Video. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.